Lalalala Neue Pakete wieder für mich Also hier, ne Omen ist ja schon angekommen Wollte ich ja letztes Mal haben, nicht? Ich hab manchmal auch Omen Meistens Ein Schlechtes So, liebe Freunde Wo seid ihr? Ureinwohner Kannibalen Bisschen Action wär ja nicht schlecht Unsere ganzen Lager überall verteilt Unsere ganzen Lager überall verteilt Oh, naja Ach komm Das tut mir aber immer leid Ähm Oh, ich bin so einsam Na, machen andere auch so Naja Kann ja mal Spaß machen, ne? Bisschen Bisschen Und geht Und geht das nicht hier? Hier ist doch Walter Tja, ich weiß auch nicht. Vielleicht trinke ich mal Alkohol, du. Ach, low is energy. Na toll, das bringt ja nichts. Aber wenn hier so viel rumliegt. Hä? Ach, da sind wir auch schon voll mit, äh. Und wie sieht das hier mit aus, mit Bomben? Na, muss ich mal überlegen. Ach, da geht noch. Geht noch mehr, du? Ach so, can carry anymore. Ach so. Ah, blöd. Hm, welche Kassette haben wir eigentlich hier drin? Wo sind denn unsere Kassetten? Wir haben doch aber zwei, dachte ich. Wo ist die andere? Da, da liegt sie ja. Kann ich gerade nicht ausfielen, na gut. Der Ton ist übrigens doch gut. Hat sich nur bei mir letztens komisch angehört. In der Aufnahme war es ja anders. Bisschen dunkel hier, du. Na, das ist auch nix viel. Das ist ein Eichhörnchen. Miek, miek, miek. Du, 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 du. Juh, du, 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 du. Himm mal durchs Wasser. Kein Problem. Aha, apropos. Können wir noch Fisch mitkriegen? Nö. Mann, die Sonne blendet aber Ich habe natürlich die Gesetze angemacht Und dann haben wir ein Eichwimmchen getroffen Aber man hat es ja ein bisschen gehört Ich mache schon wieder Dönikens Ah, da steht auch G mit Drop Weil man den nur in der Hand halten kann Kommt her, ihr Blöden Da war wieder ein Waschbär, okay Federn brauche ich, ich brauche Federn Und machen wir so zwischendurch Ah, was ist das für ein Leck Leck mehr Morschau-mäßig, oder was? Ach ja, okay, man kann nur auf Randstillgrün tönen Na gut, gut zu wissen Standard glaube ich auch mal Aber ha, man kann es ja trotzdem versuchen Die sammle ich mal ein Ich vermisse die Ureinwohner Wo seid ihr? Du warst Ein bisschen Action Quick Quick Ich vermisse die Ureinwohner Da war irgendwo noch ein Eichhörnchen, oder? Da war irgendwo noch ein Eichhörnchen, oder? Aber die geben mir eh nix Lass ich die in Ruhe Brave Eichhörnchen Ich bin ein Eichhörnchen Ich bin ein Eichhörnchen Nein, da hinten sind Leute Ah, da hinten sind Leute Jetzt habe ich aber auch spontan Aber nicht gespeichert Woher Komm, was solls Wie in alten Zeiten Unser Schlachtfeld hier Ah, hab ich das getroppt? Nee. Ah, guck. Die droppen was. Das wollte ich. Dann nehme ich die auch mit. Meine Schönheit. Das wollte ich ja mal rausfinden. Coins haben die... Coins sind die nicht großen. Ich würde dich ja gerne in mein Haus bringen, was nie fertiggestellt worden ist. Doof. Hier kannst du liegen. Kannst du dich schön dörren lassen. Covert in blood. Oh Gott. Nein. Jetzt können wir speichern. Und schlafen. Weil der dann immer wieder ein bisschen Durst kriegt. Ist aber realistisch. Ein, zwei, drei. Wir haben noch zwei. Okay. So. Läuft das ja auch. Brennt das hier noch irgendwo? Ach, hier bitte. Vergnügt euch. Ich muss auch mal sehen, wo die alle gestorben sind. Aber die spawnen die auch mittlerweile. Das weiß ich nicht. Gehen die gar nicht damit kaputt? Ah, die ist auch cool. Ich habe ein Schild. Aber die wollen wir ja eigentlich ausrüsten. Ähm. Da machen wir nochmal was dran, was unsichtbar gerade ist. Nein, hier bitte. Das. Ah, okay. Na, kommt mal her. Sind hier noch mehr? Hier ist immer so viel los, du. Medizin haben die dabei. Die haben alles, glaube ich, so dabei. Was man so... Boah. Was man so gebrauchen könnte. Ich bin erschrocken. Schon wieder voll erschrocken, du. Kannst auch mal vergessen. Ah, hier ist echt wieder gefährlich. Aber wie? Verliert was für uns. Was Besonderes. Nö. Ich zieh mal schnell weiter. Oh, oh. Wir haben nicht mehr so viel... Naja. Rüstung, nicht? Die Rüstung, die kannst du auch mal vergessen. Ich flüchte gleich zu unserem Hausboot oder so, oder... Ich weiß nicht. Mal gucken. Wie ich das mache. Wie ich das muddeln. Oder da hinten. Da hinten kann ich vielleicht mal wieder speichern.